So, Grüezi miteinander, willkommen zurück in einem neuen Video. Und ich versuche euch heute hier in diesem Video die drei am häufigsten gestellten Fragen aktuell in den Socials zum 2024er zu beantworten. Und die Fragen sind A. Wo ist mein Community-Folder und wo kann ich den Pfad allenfalls ändern? Dann haben wir B. Funktioniert der Add-on-Linker auch mit dem 2024? Wenn ja, wie? Und zu guter Letzt haben wir noch die Tastaturzuweisungen. Wie funktioniert das? Wo kann ich das einstellen? Und was ist die Logik dahinter? Gut, wir starten direkt zuerst mit dem Community-Folder. Und dazu geht ihr eigentlich hier auf den Marktplatz. Und dann hier oben auf meine Bibliothek. Und hier neben dem Suchfeld habt ihr so ein Zahnrädchen. Da klickt ihr drauf und jetzt kommt hier eine Einstellung hoch mit Lager. Also hier die Übersetzung auch wieder grottiger geht es nicht. Und habt jetzt hier eigentlich die Möglichkeit, euch den Pfad zu eurem Wunsch-Community-Folder einzutragen. Standardmässig liegt das irgendeinem Updata-Localcache vom Benutzer drin. Also wieder völlig verschachtelt irgendwo versteckt. Ich habe mir das jetzt, oder den Community eigentlich in meinen Spiel-Folder, wo ich auch den Sim selber installiert habe. Und ihr könnt hier eigentlich einfach auf Durchsuchen und dann entsprechend das Folder auswählen, wo er dann in diesem Verzeichnis den Community selbst erstellt. Das macht er allerdings erst nach einem Spielstart. Also nicht hier den Community, wenn ihr allenfalls schon irgendwo einen habt, auswählen, sondern immer eine Ebene darüber. Über den Ordner erstellt er sich dann eigentlich selber. Sonst habt ihr einen Community-Ordner im Community-Ordner. Und das ist dann ein bisschen, ein bisschen unschön. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier drauf zu klicken. Dann macht ihr euch hier das Verzeichnis direkt auf und dann könnt ihr euch eigentlich hier eure Addons reinpacken, respektive euren Addon-Linker dann so einstellen, dass der das hier reinpackt, was wir uns eigentlich hier direkt als nächstes angucken. Weil mehr gibt es hierzu eigentlich nicht zu sagen. Gut, also der Addon-Linker, wichtig dort. Ihr müsst euch den in der neuesten Version runterladen. Und dann werdet ihr neu hier eine Addon-Linker 2024-Exe sehen. Und das sind zwei völlig eigenständige Programme. Also ihr könnt die 2020er Version so lassen, wie sie ist. Einfach updaten und dann hier die 2024er Exe starten. Und dann kommt ihr hier eigentlich direkt zuerst in die Options rein, wo ihr wieder angebt, wo ihr eure Addons abgelegt habt, die ihr runterladet und entpackt. Und ich habe jetzt hier den gleichen Folder genommen, wie für den 2020er. Also alle meine Downloads liegen eigentlich da in diesem Folder drin. Und jetzt kann ich die dann hier im 2024er völlig unabhängig auch reinlinken, wenn ich die möchte. Wir machen das nachher noch kurz. Ihr könnt natürlich auch ein neues Verzeichnis angeben und dann die neuen 2024er Downloads da reinpacken. Oder mehrere, also das ist euch völlig freigestellt. Dann wichtig ist hier noch die Community-Folder-Pfad-Option. Da geht ihr jetzt einfach hin und wählt hier effektiv den Community aus. Hier im 2024er Community. Geht auf OK und das ist eigentlich bereits alles. Und wenn wir jetzt hier hingehen und schauen wir mal nach Konstanz. Genau, ist eine Freeware von Flightsymtheo. Dann linken wir uns die hier jetzt mal rein. Und wenn wir jetzt hier hingehen und in den Folder reinschauen, dann sehen wir hier haben wir jetzt den Flughafen drin. Also wirklich easy. Und wie gesagt, das Wichtigste völlig unabhängig vom 2020er. Genau, das ist eigentlich schon alles hier zum Add-on-Linker. Dann gehen wir jetzt noch in die Tastaturbelegungen rein, in die Steuerung. Das Ganze ist ein bisschen anders aufgebaut wie im 2020er. Darum können eigentlich auch die Presets nicht einfach so übernommen werden. Wir haben für einen Teil der Geräte, zum Beispiel bei der Tastatur, haben wir hier unten ein Preset, quasi das 2020er Preset. Das könnte man sich jetzt hier so reinladen, aber wir haben keine automatische Übernahme aus dem 2020er oder irgendetwas in die Richtung. Ist für mich eigentlich nachvollziehbar, weil wir haben hier jetzt neu eigentlich drei Ebenen für die Einstellungen. Zwar eine allgemeine Ebene, dann für die entsprechenden Flugzeuge und dann noch quasi spezifisch für das einte Flugzeug. Das haben sich ja viele gewünscht, damit man die Sensitivity-Settings pro Flugzeug und er diese dann auch automatisch lädt, machen kann. Da haben wir hier jetzt eigentlich die Möglichkeit und man muss die Logik hier dahinter ein bisschen verstehen. Es ist eigentlich von der Priorität her geht es von oben nach unten. Also wenn ich hier ein Setting mache für nur die Skyhawk, dann überschreibt das natürlich eigentlich die allgemeine Setting, falls dort schon etwas konfiguriert sein sollte. Das muss man wissen, ist aber eigentlich eine gute Sache. Über das User Interface und die Usability kann man streiten, die ist wirklich, ich sage jetzt mal bescheiden. Aber nehmt euch die Zeit, um hier diese Einstellungen richtig zu setzen und wenn man da den Flow dahinter mal verstanden hat, geht es eigentlich auch ziemlich schnell. Wir haben auch hier wieder wie beim alten oder beim 2020er, sage ich jetzt mal, wir gehen mal schnell in den, ähm, in meinen Bravo rein, genau. Wenn ihr dort etwas zuweisen wollt, zum Beispiel Gashebel jetzt, ja wenn man es noch richtig schreiben würde. Genau, Gashebel, wir haben jetzt hier die Achse, Gashebel 1, ihr klickt einfach in dieses Feld, wird gescannt, dann bewegt ihr die entsprechende Achse und er macht euch hier dann direkt diese Zuweisung. Um es zu löschen, mit der Maus drüber, dass es hier quasi angeleuchtet wird und dann die Delete-Taste und dann ist die Zuweisung gelöscht. Wir weisen die Achse 1 wieder zu, genau, und so funktioniert es eigentlich durchs Band durch. Also, ihr könnt hier bequem, wie gesagt, nach einer speziellen Funktion, Klappen zum Beispiel suchen, dann kommen alle Options mit Klappen. Und dann, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit hier nach Eingabe suchen, das heißt, ihr klickt darauf und bewegt die entsprechende Achse oder Taste oder was auch immer. Dann seht ihr hier, ob was zugewiesen ist, wenn natürlich nichts kommt, dann, äh, dann gibt es keine Zuweisung. Wir können hier mal genau meinen Condition Lever, da habe ich jetzt noch nichts zugewiesen, dann bleibt das hier unten eigentlich einfach leer. Also, so kommt ihr ziemlich schnell zu den Einstellungen, die ihr machen wollt oder zuweisen wollt. Dann, was ganz wichtig ist, ist eigentlich hier die, diese Zahnrädchen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, ein Profil quasi zu duplizieren. Dann, äh, dann übernimmt ihr die Einstellungen von diesem aktuellen Profil auf dieser Ebene. Was aber viel wichtiger ist, ist eigentlich hier dieser Button für alle Luftfahrzeuge übernehmen. Das heisst, wenn ihr euch hier eine Einstellung gemacht habt, könnt ihr das eigentlich gerade direkt auf sämtliche anderen Flugzeuge kopieren. Das ist eigentlich eine, äh, eine sehr gute Funktion. Natürlich auch hier duplizieren, umbenennen, löschen und so weiter. Das gleiche nochmal hier unten für die, äh, spezifische Flugzeugeinstellungen. Also, prinzipiell macht es eigentlich Sinn, wenn man das hier bei den, äh, ich sag jetzt mal allgemeinen Einstellungen sich einstellt und dann für alle Luftfahrzeuge übernimmt und dann allenfalls noch bei spezifischen Einstellungen hier unten das, äh, eigentlich auf dieser Ebene macht. Und dann hat er wirklich, äh, erkennt, oder sollte er diese Profile auch erkennen, wenn ihr in das entsprechende Flugzeug, äh, rein spawnt. Also, das braucht ein bisschen Zeit hier, diese ganzen Zuweisungen, aber eigentlich mit dieser Kopierfunktion hier, muss ich sagen, ähm, ist es eigentlich ziemlich schnell gemacht dann. Ansonsten, wenn du das wirklich für jedes Flugzeug machen musst, dann drehst du durch. Doch, ich, am Anfang habe ich das nicht gecheckt hier, diese, diese Settings, äh, war das ultra nervig, aber so ist das eigentlich, äh, ziemlich überschaubar, der Aufwand. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist hier unten der Filter. Hier könnt ihr zugewiesen anzeigen lassen, also sämtliche, äh, Tasten, Achsen, die aktuell bei ihm ausgewählten Gerät zugewiesen sind. Und, essentiell, ja, keine Ahnung, die essentiellen Einstellungen, das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Keinen Filter, also das euch immer, äh, eigentlich alles anzeigt. Ja, eigentlich auch noch praktisch hier unten dieser Filter und was sicher auch noch wichtig ist, wo haben wir den Stick, genau, ist hier die Hardware-Einstellungen. Also eben, hier könnten wir uns jetzt tatsächlich für nur dieses spezifische 172er Skyhawk eine Setting machen, eine Sensitivity einstellen, die er dann entsprechend auch, äh, wieder lädt. Hier könnte das eigentlich über diese Regler für beide Achsen separat einstellen oder natürlich zurücksetzen. Genau. Gut. Das war's eigentlich von meiner Seite bereits. Ich hoffe, der ein oder andere kann jetzt seinen Frustpoint überspringen und kommt hier ein bisschen schneller ans Ziel. Und der 2024er braucht noch ganz, ganz viel Zeit, aber ganz am Anfang müht man sich genau mit solchen kleinen Sachen, müht man sich damit ab, macht einem das Leben schwer. Ja, äh, ja, ich hoffe, ich kann da ein bisschen dagegen steuern. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte gerne ein Abo und einen Like da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. oder kommt auf unseren Discord, da helfen wir auch immer gerne. Gut, dann sage ich nochmal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschau zämme. Zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal.